Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu der frischen neuen Folge MacRuff zusammen mit Ben. Hallöchen. Hallöchen. In der heutigen Folge geht es um, ihr habt es schon dann gesehen, Bienen. Oder besser gesagt, um einen mega spaßigen Parcours, wo Ben und ich immer verkacken. Yay, Parcours, geil. Nein Leute, diesmal sind wir krass drauf. Wir sind krass drauf. Ben, kommst du mal bitte her ansonsten. Ach du heilige Güte, wie sieht das denn aus? Was? Oh shit, da ist ja schon der Parcours. Komm, bam. Oha, cool. Oh, das ist ja nicht schwer. Hier, Halloween Edition. Halloween? Oh nee, da wäre ich beinahe reingesprungen. So, wir machen die Rainbow Edition. Ich habe eine Dings Angel bekommen. Dann kann ich zurück zum Anfang. Die werde ich nicht laufen, weil ich es mit einem Versuch schaffen werde. Bist du dir da sicher? Ist doof, ne? Okay, wollen wir starten? Let's go. Let's go. Okay, ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ah, von da willst du. Oha. Oi. Ui, 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 verdammt. Scheiße. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Der sieht gut aus. Oh, der lirsch ist. Wie geht es jetzt weiter? Ähm, ähm. Ja, Alter, ich habe es geschafft. Alter, Ben hat es das erste geschafft. Ich komme hinterher. Oha, der war auch gut. Oder? Kann man nicht hochspringen? Nee, der war übel scheiße. Nice checkpoint, Lilian. Ich habe einen Checkpoint. Ich habe einen Checkpoint-Himer. Warte. Ich komme hinterher. Ja, wie warten es da nicht drin, oder? Nein. Hahaha. Starke Leistung. Oh, guck mal, da steht Upsis. Äh, oder Ups. Am Ende. Der war gut. Der kann mir keiner erzählen, dass der nicht gut war. Yes. Scheiße. Geschafft, Ben. Geschafft. Wo ist der Checkpoint? Wo ist der Checkpoint? Hier. Shit. Shit. Oh, no. Du musst auf den zurückspringen davor. Alter, hast du nicht den Sprung verkackt. Auf wen muss ich zurückspringen? Auf den davor. Du gehst auf den davor. Aber wie soll ich denn da hin? Hinspringen? Mein Gott. Ich bin so lost. Bumm. Bilder, das ging aber schnell. Nice, Alter. Jetzt haben wir den Dreh raus. Okay, das war nur die Testrunde. Was muss man hier machen? Wir lassen Ben vorgehen, damit er den Kram hier testet. Hä, man kann das doch auch voll abkürzen. Okay, kann man doch nicht abkürzen. Hä? Das war aber, äh... Oh, nee. Man kann nicht stehen, wenn man am Rand ist. Und ich habe den Checkpoint mit nur zwei Upsis. Huuu. Shit. Oh. Oh Mann, das war... Du, da musst du am Rand... Wenn du spät springst am Rand, dann klebst du nicht mehr. Ups. Ach so. Wir sind bei 12. Wir sind bei 13. Das war die Nummer 13. Oh Mann. Wir sind bei 14. Ich konzentriere mich auch gerade null. Pass auf. Hä, ich habe den noch immer geschafft. Wir sind bei 14. 15. Ach so, Ups, 15. Ich habe es besser gemacht, als du bist. Sorry. So, halbes Herz. Oh Mann, gerade eben ging das so einfach. Ah shit. Here we go again. So. Ben, jetzt. Jetzt wurde nicht mehr gelacht. Der war aber mehr als knapp. Nein, Mann. Dass man da immer runterfällt, wenn man da zu näher anzündet. Wir sind bei 18. Wir sind bei 19. Mach doch den Sprung mal langsam. Wieso springst du immer vier Dinger? Nee, weil ich das machen will. Oh Mann. Ja, sinnlos. 19. Pass auf. So, den hier kann man aber nicht verkacken. Heiße, heiße Phase war das. Endlich ein Checkpoint. So, weißt du schon, wie das nächste Ding funktioniert? Ach, ich war sehr nah dran. Loll, schaffst du das gerade? Ach so. Ich schlag dich hoch. Schlag mich hoch, Mann. Schlag mich hoch. Geht nicht. Wir schaffen das. Geht nicht. Mann. Ähm. Wir müssen safe hier innen lang. Er war gar nicht mal so schlecht von mir hier. Go backhand. Go backhand. Ben schafft das. Ab ihn. Oh, du hast ihn. Nein. Man muss ganz, ganz spät springen. Dann klebt man nicht mehr. Aber genau so. Ist schwer, ey. Ist schwer. Nein, beim letzten. Echt? Ja, ich war voll weit. Oh, jetzt bin ich gegen dich gesprungen. Oh. Ich schaffe noch nicht mal den ersten. Machst du damit Sprinten oder wie? Oh, ja. Du sprintest? Da muss ich aber Doppel-W drücken. Was geht das wieder los? Nein, warte. Wir stellen jetzt zum ersten Mal Doppel-W um. Sprinten ist das. Ja, man muss auch irgendwie nicht sprinten. Das ist irgendwie komisch. Ich kann es nicht genau beschreiben. Ich drücke einfach irgendwas. Ich war richtig knapp hinter dir, Ben. Ohne Witz. Ich hab's. Ohne Witz jetzt, wo ich das mit den Sprinten auch habe. Ohne Witz. Ich war so knapp hinter dir, ich jetzt auch beide am ersten Mal geschafft habe. Nice, Leute. Wir können uns zurücklegen und entsparen. Links ein Cocktail, rechts eine Kokosnuss in der Sonne und jetzt entspannen. Nein! Mann! Boah! Für jeden Fail-E-Diener müssen sie liken! Ja, genau. Jetzt sind wir bei, wir rechnen natürlich in Tausendern. 34.000 Likes, bitte. Äh, Millionen, wir sind bei 34 Millionen Likes. Um die Ecke. Ja, genau. Und jetzt gerade, nein, 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 nicht da lang. Ja, genau. Oh, Gott, oh Gott. Oh, ja. Oh, komm ich jetzt hier hoch? Wie komm ich jetzt hier hoch? Ach so, ich bin da direkt drauf gesprungen. Sogar ist das gar nicht. Oh, ja, nice, ey. Oh, Gott, oh Gott, das ist sowas von hier. Nein, ich hab's fast geschafft. Boom. Bam, bam. Da, oh, Alter, ich hab's auch geschafft. Hätt's jetzt, oh, scheiße. Hab ich den Checkpoint? Hab ich den Checkpoint? Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt, Ben. Ist das überhaupt ein Checkpoint? Der fliegt's vorbei. Ja. Ja, was steht da? Treffe einen Button mit dem Pfeil. Ich hab welchen Bogen, ich hab nicht mal einen Bogen. Ich hab einen Bogen. Ah, da sind die Buttons. Ja, die muss man, äh, shooten. Gar nicht, aber nicht. Aber ich denke, das ist doch ein Checkpoint. Ist das kein Checkpoint? Schüt' mal die Buttons jetzt hier. Sind die auf der anderen Seite? Ja. Kann ich das auch nicht von hier schießen? Glauben nicht, ne, weiß ich nicht. Na. Das war mal anders schlecht. Wieso willst du immer auf Krampf abkürzen? Ich will nicht auf Krampf abkürzen. Oh, das machst du doch da gerade. Du skippst den Skyline-Block da drunten. Da drunten? Okay. Okay, nice. Jetzt musst du mir eigentlich den Bogen geben. Ach, soll ich rumkommen? Mensch, ne, dann kannst du, ich bin über dir. Du bist über mir. Will ich den zuschmeißen? Das ist ziemlich gefährlich, Ben. Das wird doch never hinhauen. Oh, nee. Oh, nee. Ey, der fällt mir gerade auf. Ich hab eh auch einen eigenen. Och, du Affe. Geh mal auf das Ding. Hör auf, du springt. Ich bin zu fett dafür. Springt aber nicht. Ich spring nicht. Oh, nice. Das Problem ist jetzt, ich hab keinen Bogen mehr. Versteh ich nicht. Ups. Der brostet auch nicht. Oh, oh mein Gott. Ich hätt beinahe mein... Oh, Ben, ich hätt beinahe richtig verkackt. Wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Du musst es von der anderen Seite schaffen. Wie soll denn das gehen? Das ist unmöglich. Hä, das geht, wenn du rüber... So rüber schießt, so. Das ist zu weit. Auch zu weit. Immer noch zu weit. Auch zu weit. 2.000 Jahre später. Juhu, ich hab's geschafft! Hättest du mir nicht mal sagen können, dass da nochmal Honig kommt? Der letzte ist krass, hab ich doch gesagt. Ich hab's geschafft, by the way. Das wär der vorletzte. Du musst bei dem letzten an den Honig ran. Das weiß ich. Shit! Ja, deswegen hast du's auch grad nicht gemacht. Ach so, ach so. Ich bin da durchgeflogen. Ich bin so weit geflogen, dass ich dachte, ich bin ein Vogel. Ein Vogel? Ein Vogel. Du bist irgendwie aus dem Frosch und dem Vogel. Richtig. Hm, das klingt... Oh, jetzt schaffe ich diesen ersten Sprung nicht mehr. So, ich hab mir die Ärmel jetzt hochgebrochen. Ich hab mir die Ärmel jetzt hochgekrempelt. Die Ärmel gebrochen. Mann, hör doch mal auf hier über meinen... Starke Nummer, starke Nummer. Hier seh ich schon die nächsten Problematiken. Ja, genau hier. Oh, es war dran, aber da bin ich runtergefallen. Eins. Zwei. Drei. Drei. Oh, gut. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Lord. Hä, warum muss man da dann lang? Ja, bei den grünen musste... Bei den blauen musste stoppen. Nicht stoppen. Musste stoppen. Dann drauf landen, oder wie? Weiter, 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 weiter. Stopp, stopp, stopp. Hier, stopp. Warte, ich weiß wie. Ist nochmal so dran. Oh mein Gott, jetzt musst du... Jetzt musst du... Jetzt hier rum. Und hier drauf, ah. Also da braucht man drei Professoren Titel für... Geschafft! Badalalalalalalamm. Alter. Ich bin wirklich schwer, Alter. Ich bin mal bei dem blauen stoppen und dann sneaken und dann neu. Und dann bei dem nächsten blauen das gleiche wieder. Jetzt um die Ecke. Jetzt ist easy. Jetzt einfach nur hier hoch. Ich würde ja gerne hier aus dem Weg gehen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Aber, aber, aber... Weil der türiziert jetzt glaube ich den Checkpoint jetzt nicht, oder? Nein, das ist nicht der Checkpoint. Oh, das ist nur so ein Mistding. Und wie kommen wir jetzt hier weiter? Ah, warte, ich sehe einen Button. Nein, hast du mich... Vollidioten. Wieso kann man dich durch die Tür schließen? Das ist doch voll hundlos. Seit wann ist an meinem Kopf ein Button? Du hast einen Button hinter der Tür gesehen. Herbert's mal im Ernst. Ich werde voll rot, weil ich so aufgeregt bin. Jupp. Ich hab dich schon für dich aufgemacht. Jupp. Einfach ganz. Ich wollte sagen, juhu. So, was soll ich den Tag nicht vor den Abend loben? Jupp. So. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wo bist denn du? Verdammt. Let's try. Hast geschafft. Ja. Ja so, oh Gott. Wie schaffst du denn das hier? Wie machst du das denn hier? Hab ich auch nicht geschafft. Was machst du da? Ich hab ein Buster springen, aber... Ah hier, die hab ich noch gar nicht aktiviert. Was wär das denn? Ach so, hab ich wohl. Die hab ich für dich aktiviert, glaub. Ich verstehe, glaub ich, das Prinzip. Oh, ich auch. Die... Verdammt. Soll ich den Trick verraten? Ja. Bringt Spaß. Du musst gucken, guck zu. Ja, ich schau zu und lerne. Du gehst bis an den Rand ins Sneaken. Ja. Und dann einfach Leertaste und weh halt weitergedrückt. Das ist ja wie oben hier. Ey, was ist denn das jetzt hier? Alter! Was ist da, was ist da, Ben? Wo ist da? Wo ist da? Wo ist da soße? Wo ist da soße? Ich wusste wirklich voll lang nicht, dass das Wuster-Sauce ausgesprochen wird. Ach, das heißt Wuster-Sauce? Das heißt Wusche. Ich nenne das Wort Chester-Sauce, aber ich frage mich auch, wer das freiwillig ist. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Was muss man denn hier bitte machen, Ben? Ja, das ist heftig. Aber kriegst du raus nicht schwer. Kommen wir denn da hoch jetzt hier? Oh, lol. Ist das cool. Ach, man muss da drauf springen. Ach, kacke. Alter. Hä? Und wie kommt man jetzt hier weiter? So. Haben wir auch geschafft. Aber ich... Naja. Was ist denn das jetzt hier für ein... Aua, ey, au, 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 Oh mein Gott, Ben. Nein! Weiß ich so gegen Dings. Okay, der ist schwer. Weiß ich so gegen Dings. Geh doch mal weg. Ich hab dir doch den Trick gezeigt. Ja, wie soll ich denn an eine Kante gehen, wenn du mich runterschubst, du Affe? Die ist aber ein bisschen hart. Oh, ich toddel. Verdammt, Alter. Der Letzte ist krank. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin über den Checkpoint gesprungen. Drüber. Drüber. Wie bitter ist das denn? Oh lol, hier ist ja so ein Eisblock. Das ist ja sowas von Betrug. Oh nein. Ich bin drüber gesprungen. Ich hab's geschafft, der Ringjord. Ja, wir springen auf die Falke. Genau so. Warum denke ich die ganze Zeit, dass... Oh lol. Nice geschafft. Da, da, da. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Einfach auf die Schalker jetzt. Aufs Lagerfeuer und dann Schalker. Genau, die musst du jetzt öffnen und dann zu und dann springen. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist doch wieder ein Never, hä? Muss halt schnell sein. Oh mein Gott. Und jetzt hier rein? Dropper-Action, Alter. Let's go. Aua. Oh mein Gott. Oh lol. Oh fuck. Ich, ich, hier kann ich wieder abkürzen, Alter. So. Oh, verdammt. Man muss da echt durchdrücken. Das ist voll verdammt. Oh Mist. Ich schaff das. Ich, ich muss immer gucken, wo das Ding hier ist. Oh, ich hab's geschafft. Ach so, man muss das ankleben. Checkpoint. Ja, das ist ja krank schwer da dran, oder wie? Ja. Ach so, man, ach so. Wir haben übelst viel abgekürzt. Ja, ich weiß. Meine Technik. Ben, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Wuhu. Alter Schwede. Ich hab jetzt noch 30 Fails-Zeit. Ah ja, wenigstens nicht die 100 geknackt. Wie gut, dass die da ein Checkpoint gesetzt haben. Sonst wäre das ja sowas von nervig. Automatisch spring es doch an. Ja, wusste ich. Oh, Ben. Knapp. Da musst du rüber springen. Ich hab, ich bin da rüber gesprungen beim vorletzten. Nicht rüber geslided. Springen. Jumpen. Ja, aber von dem, von dem, äh, Lila, ne? Ja, ja. Jump, jump, jump. You can do it. Weiter, 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 weiter. Aber so nah warst du noch nie. Jetzt hab ich's. Lernkurve easy da. Ah, das klappt. Jetzt hab ich's. Es wird echt nochmal knapp, Alter. 20 Minuten. Oh, nein. Bro. Bin ich nervös. Oh, shit, Ben. Oh, shit. Oh, 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 oh. Vorletzter Sprung. Aber den Sprung schafft. Ich will ihn ja nicht unter Druck setzen, aber er schafft es. Ey, 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 wie unfair. Alter. Genau mit 20 fällt's weniger. Okay, Leute. Ich bin jetzt irgendwie hier unten wieder gelandet. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Lasst doch unbedingt ein Abo da. Darüber freue ich mich umso mehr. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag morgen Abend. Haut rein, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao.